Welches Wappen gehört zum Bundesland Hessen? 1, 2, 3, 4 Nummer 1 Welches ist ein Landkreis in Hessen? Ammerland, Altötting, Prignitz, Main-Taunus-Kreis Für wie viele Jahre wird der Landtag in Hessen gewählt? 3, 4, 5, 6 Ab welchem Alter darf man in Hessen bei Kommunalwahlen wählen? 14, 16, 18, 20 18 Welche Farben hat die Landesflagge von Hessen? Blau, Weiß, Rot Rot, Weiß Schwarz, Gold Grün, Weiß, Rot Rot, Weiß Wo können Sie sich in Hessen über politische Themen informieren? Bei der Landeszentrale für politische Bildung Beim Ordnungsamt der Gemeinde Bei der Verbraucherzentrale Bei den Kirchen Bei der Landeszentrale für politische Bildung Die Landeshauptstadt von Hessen heißt Kassel Darmstadt Frankfurt Wiesbaden 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 Welches Bundesland ist Hessen? 1, 2, 3, 4 Wie nennt man den Regierungschef die Regierungschefin in Hessen? Erster Minister Erster Minister Erste Ministerin Premier Minister Premier Minister Premier Ministerin Bürgermeister Bürgermeister Bürgermeisterin Ministerpräsident Ministerpräsident Ministerpräsidentin Ministerpräsident Ministerpräsident Ministerpräsidentin Welchen Minister, welche Ministerin, hat Hessen nicht? Justizminister, Justizministerin Außenminister, Außenministerin Finanzminister, Finanzministerin Innenminister, Innenministerin Außenminister, Außenministerin Untertitelung des ZDF, 2020